Schönau am Königssee ist eine Gemeinde im südöstlichsten Teil Bayerns im Berchtesgadener Land. Schönau hat nur 5600 Einwohner, ist aber weltbekannt für den Königssee mit der Kirche St. Bartholomä am Fuße des Watzmanns. Das Wappen von Schönau nimmt diese Wahrzeichen auf. Es zeigt auf blauem Grund die Kirche St. Bartholomä mit ihren roten Dächern. Darunter ist eine silberne Wellendinie zu sehen. Über der Kapelle stehen zwei heraldische Lilien. Die eine zeigt ein Schnitzwerkzeug, die andere ein stilisiertes Ahornblatt. Die Wellenbalken stehen für den Königssee. Die sogenannten Sulzbacher Lilien stammen aus dem Wappen der Fürstpropstei Berchtesgaden. Das Ahornblatt steht für den Nationalpark und das Schnitzwerkzeug für die heimische Holzverarbeitung. Das war eine Minute heraldig. Schreibt mir in die Kommentare, welche Stadt als nächstes kommen soll.